Ich glaube, das hier ist eine Stelle, bei der wir etwas länger noch brauchen könnten. So. Unruhe, das ist einer neuen Geistersplit erhalten. Feinde werden schneller wieder zum Leben erweckt. Und das ist auch etwas zum Geisterlicht-Farmer. Und wir sehen. Ja, was sehen wir? Gibt es, hä, gibt es hier noch einen, noch einen Schlüssel? Noch ein Schlüssel, äh, so ein Schlüsselstein-Fragment? Oder, ja, Schlüsselstein. Ja, heilen. Bitte, danke. Mein neues Ziel ist es, unter 500 Toten. Das Spiel durchzukommen, wäre schon schön. Aber ich weiß nicht, ob ich das, ob es möglich ist. Einfach. Und man sieht, die Dinger respawnen auf jeden Fall im Sand. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass hier sowas ist. Ach doch, waren doch zwei. Okay. Jetzt, äh, ja, naja. Ah! Okay, okay. Das müssen wir bereuen. So, hast du jetzt genug, mein Freund, hoffentlich. So, Energie. So, Energie. Weil wir gesehen haben, dass die halt... Oh, warte, was? Es gibt jetzt auch explodierende Sandwöhler. Die, weiß ich nicht genau, wie arbeiten. Wie, die mich jetzt genau hier aufspüren. Äh, aber der ist einfach zufällig. Hat er genau das gemacht, was ich wollte, dass er macht. So, komm her, komm her, komm her. Ich weiß nicht, kann man die... Ja, vermuten schon, oder? Vermuten kann man die... Geh weg! So, und was ich immer, ich könnte aufmachen, kann aufmachen. Ah, okay. Genau, perfekt. Will vielleicht auch gehen? Warte, äh, wo ist... Das, da vermutlich da unten war. Hä, wie komm ich da genau rein? Ach, was sagt nichts los, muss... Ah, doch, ist nicht so schwer. Einfach den hier darüber locken und da runter. Und dann komme ich da rein. Genau. Die Frage ist, warte, wie... Wann lockt der an? Ja, okay. Ah, vermute einfach, wenn er die Kurve nicht mehr bekommt. Okay. Dann fährt er einfach komplett geradeaus. Hm, genau. Bitte, nein! Hat er... Warte mal. Okay, aber wenn... Er hat uns gespeichert, richtig? Was, nein? Ah, und zack. Geh weg. Geh weg! Geh weg! Habe ich, warte mal, habe ich Ding überhaupt aktiviert? Ja, ich habe Kopfgeld sogar aktiviert. So was gibt. Das hier ist gerade etwas unangenehm. Das ist echt unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Aber ich brauche dich sogar, wer du das denn gedacht hast, dass ich mal jemand so nervig ist wie dich brauche. Ich weiß nicht, was heißt das? Sich aufpassen auch nicht muss, oder was? Nicht so schlimm. Vor allem, solange ich immer speichern kann, also heilen kann hier, kann jetzt nichts so viel Schlimmes passieren, richtig. So, okay, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, das Geisterlicht mitnehmen. Ein Teil davon. Alles eher weniger. Und dann sind wir schon bei einem Gebiet, wo es leicht düster ausschaut, ja. Aber bis jetzt bin ich dieses Gebiet echt gut durchgekommen, eine halbe Stunde und ich bin einfach schon fertig mit dem Gebiet, weil jetzt ist da nur noch der Boss. Oh nein, der Bosskampf. Bitte, steh mir bei. Nein, nein, warte, 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 jetzt bringe ich mal den Geisterstern aus. Warte, was? Ah. Okay. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie der jetzt funktioniert, aber wir haben ihn kurz einmal gesehen. Sonst die anderen, sonst gab es, glaube ich, eh nicht viel. Aber da das, war das auch neu? Weiß ich gar nicht. Aber da unten habe ich ein Geisterlicht übersehen. Oh. Da oben. Oh nein. Oh nein. Was? Das ist der letzte Samen? Was will ich mit dem? Ja, äh. Das ist der letzte Samen. Das war der letzte Samen, normalerweise. Ah, nicht ganz. Ich muss mehr von da unten, von da rauf gehen. Und es sieht so aus, als ob wir jetzt ganz oben sind. Und was erwartet uns als Boss? Auf jeden Fall gibt es mal eine Flucht mit der Sandfähigkeit, ganz sicher. Oh, da wollte ich sagen, es gibt so ein getrenntes Dungeongebiet. Ich wollte doch nicht sagen, es gibt noch ein geschlotten, noch ein getrenntes Dungeongebiet, oder? Wäre schon irgendwie cool. Aber ich weiß ja nicht, oder wäre es cool? Das braucht dann halt wieder echt lange. Zumindest drücke W zum Betreten gibt es schon mal. Und eigentlich müsste ich das Gebiet da oben auch irgendwie erkunden können, richtig? Ja, oder lassen wir es lieber am besten. Ja, lassen wir es. Prozente haben wir jetzt 72, das ist okay, glaube ich. Und dann sehen wir wo. Bild ist ja nicht so groß. Nur die Ehrlichter kannten den Weg voraus. Um zurück zu bringen, was verloren gegangen war. Warte, ich läute hiermit, jetzt habe ich das Endfinale ein. Oder? Ich hoffe mal nicht. Sieht nicht so groß aus. Wobei. Wobei. Naja. 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 Es sollte kleiner sein wie die Wüste. Windruinen. Aha. Das sieht mir schon fast. Oder sieht mir, dass ich vielleicht. Also auf jeden Fall. Warte mal. Ich weiß nicht. Jetzt sieht mir, dass ich verdächtige bin. Ich würde hier. Was war das? Was? Ja, okay. Ist egal. Wollen wir nichts um sein. Hoffen wir mal. Oh. Wie schön. Wie schön. Aber nein. Das ist kein großes Gebiet. In allen Ländern bleibt es immer gleich. Für jeden Geisterbaum ein Licht. Und für jedes Licht ein Baum. Sie existieren im Gleichgewicht. Das Licht allein ist nichts ohne sein Gefäß. Ist das schön. Und ich glaube, das ist auch. Also natürlich. Es wird nicht noch mehr Kampf geben. Aber seht. Das ist eher mehr etwas, das episch sein soll. Und einfach nicht von Kampf gestört werden soll. Wenn ich das ja. 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 Auf jeden Fall. Ah. Sind diese Bilder schön. Aber während das Licht ewig ist. Kann kein Baum ewig bestehen. Als die Weide alt wurde. Und ihre Zweige kahl. Konnte sie ihr Licht nicht länger pflegen. Es zerbrach. Und wir wurden zu ihr Lichtern. Unser einziger Glanz erlosch. Habe ich gerade einziger oder einstiger gesagt? Das ist die Frage. War. Ah. Äh. Bin ich blind? Warte mal, Leute. Bin ich blind? Kann sein, dass ich blind bin? Ich glaube, ich bin blind. Ja. Aber noch 0%. 0% werden vermutlich. Also die Prozent. Die werden sich vermutlich erst ändern, wenn wir das Spiel. Also diesen. Dunge nicht durchgespielt haben. Aber ich habe echt Angst. Aber ich habe echt Angst. Wegen dem Bosskampf. Was? Was ist das? Die Kinder der Weide, die Geister von Niven, litten unter dem Verfall. Das Land wurde von Dunkelheit und Zerstörung heimgesucht. Die Geister verschwanden und schienen und alle schienen verloren. Okay. Okay. Doch. Ist das Ohr das Prophezeiung? Doch Prophezeiungen sagen, dass Hoffnung kommen würde. Sie würde unsere Augen durch die Dunkelheit blicken lassen. Hoffnung würde unsere Erinnerungen an das Vergessene zurückbringen und uns in Zeiten der Not Kraft spenden. So wird die Welt geheilt. So wird der Kreislauf fortgesetzt. Und das hier ist zerstört. Ja, okay. Die Baumeister der Gorlek wusste, dass alle kaputten Dinge wieder repariert werden können. Hier stürzte, hier schützen sie das zerbrechlichste aller Irrlichter, das Herz des Waldes. Wir spüren ihre Präsenz in der Nähe, Ori. Das Licht wird abermals ganz werden. Okay. Okay. Ja, okay. Hier geht es später durch. Ah, Herr Lathraden, hier gibt es eine Flucht, oder? Ein Speicher? Also, ich weiß nicht, ob mir das sympathisch vorkommt, wenn in einem Darnschneid einfach noch ein Speichern auch mal ist. Ach. Ach, so geht das. Okay. Wir können, wir suggeriert, ich glaube, die Tauschquests abschließen, oder? Oder nicht? Was ist das? Doch, nicht der Bosskampf, oder? Äh. Doch! Also, zumindest das Geisterlicht. Das war nicht das, was ich wollte. Aber jetzt haben wir alle fünf. Und wir haben es. Als die Geider Weiße starb, flackerte mein Licht. Nun bin ich wieder vollkommen. Ich bin... S-s-s-sieh? Vielleicht? Die Weite erwartet uns Orde, wir müssen gehen. Aber... Gibt es hier keinen Boss? Doch der einzige Weg dorthin. Ich hätte lieber ... Was bist du für ein ekelhaftes Vieh? Ein Fluchtvieh, lass mich raten, ein Fluchtvieh, auf jeden Fall ein ... Ah, okay. Was? Ah, ja. Okay, okay. Was? Ah, okay. Was? Ah, okay. Konzentration, auf jeden Fall. Haben wir es geschafft? Schon gut aus, schon gut aus. Oh, lass mich raten, das müssen wir ... Nein, wir müssen nicht wieder kämpfen. Oh, wie schön. Haben wir es geschafft? Treibs hat abgeschlossen. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft, haben wir es geschafft? Eine Stunde streamen, wie erst? Können wir das Spiel abschließen, wenn es gut geht? Mal schauen. Das wäre mein Ziel. Das wäre echt ein gutes Ziel. Oh, schau dir das an. Schau dir das an. Ah, zieht ihr hier oben. Und jetzt? Beendet der Sier den Sandsturm, oder was? Oh, wie schön. Die Weide. Da ist sie, Ori. Die Weide, Mutter des Lichts. Nur der Trauerkamm steht uns noch im Weg. Aber bevor ich in den Trauerkamm gehe, weiß jeder, was ich tun werde, richtig? Ich habe es hier hergestellt. Ja, habe mehr Leben und alles bekommen. Quest wurde aktualisiert. Und dafür... Ah, dafür ist das Teleporter gut. Okay. Okay. ...